Hi Leute, ich habe mal Lust was zu backen und wir backen heute mal Nussecken. So fangen wir mal an. Dazu brauchen wir 300 Gramm Mehl. Das messen wir jetzt mal ab. So einen halben Teelöffel Backpulver. Das mache ich jetzt mal frei Schnauze. Das nehme ich jetzt keinen Teelöffel. Ungefähr abschätzen. Dann brauchen wir jetzt noch 60 Gramm Zucker. Eigentlich werden es eher Marzipan Nussecken. Weil wir dann noch 200 Gramm Marzipan reinmachen mit. Dann brauchen wir eine Brise Salz. Schütten wir einfach hier so ein bisschen rein. Dann brauchen wir 125 Gramm kaltes Fett. Also Makrie oder Butter. Die habe ich jetzt mal in der Mikrowelle geschmolzen und ein bisschen abkühlt lassen. Schütte ich jetzt hier mit rein. Und wir brauchen ein Ei. Das schlagen wir mal auf. Nicht direkt gleich rein schlagen, weil es könnte ja was drin sein. Gucken wir erst mal. Ist nichts drin, dann können wir es mit dran machen. Das verkneten wir jetzt alles. Schön. Wenn es am Ende richtig verknetet ist, ist es dann eine richtige runde Kugel. Jetzt haben wir ihn fertig gezeigt. Am Ende muss er dann ungefähr so in der Art aussehen. So in der Art ungefähr sieht er dann aus. Den Teig machen wir jetzt hier in die Backform. Die habe ich mit Backform hier schon mal ausgelegt. Dafür drücke ich ihn jetzt mit meinen Fingern. Und man kann ihn auch ausrollen. Egal. Ich mache es mit den Fingern immer so. Drücken wir ihn jetzt rein. Verteilen wir ihn auf die ganze Form. Und schön, dass er zusammenbleibt. Und das geht schön in die Arme. Es gibt auch noch Muckis. Es geht nicht nur auf die Hüfte, es gibt auch noch Muckis. So. Wir haben. So. Sieht ungefähr aus. Die Mäse sind bei mir. Guckt. Ungefähr so. So sieht es halt aus, wenn man es mit den Fingern macht. So. Okay. Stellen wir uns erst mal bei dieser Seite. Jetzt haben wir den Teig fertig. Den Boden. Nun brauchen wir den Belag. Dazu müssen wir 200 Gramm Marzipan reiben. Dazu habe ich das Marzipan mal ins Gefilffach kurz getan. Damit. Ich muss erst mal hier hinwaschen. Damit es ein bisschen härter ist. Und wenn es so weich ist, wird es sich nicht gut reinlassen. Also 200 Gramm Marzipan-Bomaße müssen gerieben werden. Als nächstes müssen wir das alles, was die ganzen Zutaten, die für den Tag sind, in einen Topf auf dem Herd einfach kurz aufkochen. So. So. Da brauchen wir dazu. Erstmal einen Topf. In den Topf kommt jetzt rein. Das Marzipan. 200 Gramm. 200 Gramm meine Mandeln. 200 Gramm meine Haselnüse. Dann noch 125 Gramm Makrine. Voll Butter. Wie jeder will. Genau. Das mache ich jetzt in der Mikrowelle wieder. Also kurz warm. Also schnell ist es. Nur mal kurz. 250 Gramm Zucker brauchen wir noch. So. Meine Makrine. Die machen wir auch mal hier rein. Und dann noch 100 Gramm Krimf. Ach, wir haben noch was vergessen. Ein Pfundmittel Zucker. Also ich wiederhole jetzt nochmal. Für den Belag brauchen wir 200 Gramm gerietene Marzipan-Romase. 200 Gramm gemeine Mandeln. 200 Gramm gemeine Haselnüsse. 100 Gramm Krimfresh. 52 Gramm Zucker. Und 2 Becherchen mit Zucker. Ich hatte nur eins. 2 Becherchen mit Zucker. Das alles soll jetzt einmal kurz aufgekocht werden. Also Leute, nehmt gleich einen großen Topf. Die Masse kommt jetzt auf unseren vorbereiteten Mürbeteigboden. Und dann machen wir jetzt diese Masse drauf. Das klebt echt gut durch das Manzipan. Aber das wird egal. Eigentlich hätten wir jetzt mal den Herd vorheizen müssen. Und zwar bei 175 Grad. Und mit Umlaufback 150 Grad. Vorsicht, die Masse ist jetzt heiß. Oder warm. So, mit den Fingern aufkreisen. Jetzt haben wir die Masse hier auf den Boden. Gucken wir mal ein Stück drüber. Das ist einmal schön. Da ist es nicht schöner als schön, dass das Marzipanisch hier klickt. Ich denke mal, wer kein Marzipan mag, müsste das eigentlich auch ohne Marzipan gehen. Einfach ausprobieren. Wenn wir das dann gebacken haben, wird das dann in einen Dreieck geschnitten. Mit Schokoladastro überzogen. Und die sind von uns eigentlich schon fertig. Dann packen wir den Kuchen, unseren Kuchen, bei 175 Grad, so ungefähr 20-25 Minuten. Mal gucken, wie er aussieht. Ich gebe erstmal nur 20 Minuten ein. Und schauen wir mal, wie er aussieht. Und können wir ja nur 5 Minuten länger machen. Also, 175 Grad, 20 Minuten ungefähr. So, jetzt nach 25 Minuten ist unser Kuchen fertig. Hat Finn schon mal nach 20 Minuten geguckt. Aber da war ja noch etwas, ich weiß schon mein Herd aus, war ja noch etwas hell oben drauf. Aber ich dachte, 5 Minuten kann er ruhig noch drinnen bleiben. Also, ich habe mir jetzt 25 Minuten bei 175 Grad gebacken. Und sieht jetzt ungefähr so aus. Sechsmal. So. Schön ein paar noch drauf. Jetzt müssen wir das abkühlen lassen. Stellen wir einfach mal hin. Wie lang weiß ich nicht. Ich guck jetzt mal, eine Stunde vielleicht ungefähr. Kann noch länger dauern. Es muss richtig fest oben drauf werden, weil wir müssen ja ihn schneiden. Und dann den Kuchen drüber machen. Ich habe jetzt den Kuchen eine Stunde, ca. abkühlen lassen. Stunde, Stunde anderthalb. Und jetzt fangen wir ihn an, in Stücken zu schneiden. Und die Kofetüre drüber zu machen. Dazu schmelzen wir die Kofetüre jetzt erst mal in der Mikrowelle. Steht ja auf jeder Kofetüre drauf, wie geschmolzen wird. Dann schneiden wir den Kuchen erstmal in Vierecke. Ich bin so nicht ganz gerade, aber... Und die Vierecke dann mit Dreiecken. Einfach schnell rüber machen. Dann lege ich mir noch ein Backpapier hin. So frisch mal auf meine Kofetüre fertig ist. So, ich lege jetzt die geschnittenen Dreiecke auf das Backpapier hier. Dann nehme ich meine geschmolzene Kofetüre auf den Löffel. Und lasse einfach die Kofetüre hier an den Enden etwas drüber laufen. Mache ich dann bei jedem Dreieck oder bei jeder Nussecke. So, jetzt sind wir mit unseren Nussecke fertig. Wir lassen es jetzt einfach trocknen. Wird ein bisschen dauern. Und dann guten Appetit. Okay, dann tschüss.